Auf diese Folge freue ich mich ganz besonders, denn vor 14 Tagen habe ich ein kleines Experiment auf LinkedIn gestartet, was jetzt nach 14 Tagen zu über 500 Leads geführt hat. Was ich da ganz genau gemacht habe und wie du das Ganze auch für dich umsetzen kannst, erfährst du in dieser Folge. Wenn du also das Problem hast, dass du nie genug Leads hast, dann solltest du dir diese Folge unbedingt bis zum Ende anschauen. Bevor wir heute starten, möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die regelmäßig meine Folgen liken hier auf YouTube und einen Daumen nach oben dalassen. Das freut mich extrem, um den YouTube-Algorithmus ein bisschen anzukurbeln. Dann, wenn du dir deinen kostenfreien Zugang zur Social Leads Academy noch nicht gesichert hast, tu das unbedingt. Den Link dazu findest du hier unter dieser Folge, wo wir dir ganz genau zeigen, wie du mehr Reichweite, mehr Leads und mehr Kunden über LinkedIn gewinnen kannst. Als erstes möchte ich dir zeigen, dass wir wirklich über 500 Leute hier eingesammelt haben durch dieses Experiment, was ich gestartet habe und zu einer Opt-in-Rate von fast 45%, was aus meiner Sicht verdammt gut ist. Die gute Nachricht ist, du wirst dich wahrscheinlich nicht gegen 500 Leute wehren, die an deinem Angebot interessiert sind und zumindest schon mal einen Schritt in deine Richtung gegangen sind. Wie ich das Ganze jetzt angestellt habe, zeige ich dir jetzt, denn der erste Schritt, den ich gemacht habe, hat tatsächlich auf LinkedIn angefangen. Und zwar habe ich eine simple Umfrage gemacht, wo ich einfach mal gefragt habe, was würde dir aktuell am meisten auf LinkedIn helfen. Hintergrund war, dass ich einfach rausfinden wollte, wo die größten Probleme meiner Zielgruppe sind und es natürlich verknüpft habe mit einer Idee für einen Lead Magnet. Vier Titel gab es, die Algorithmus-Checkliste, der Direktnachrichten-Leitfaden, der Contentplan für Leads und die LinkedIn-Profil-Checkliste. Du siehst, alle vier hören sich schon mal recht attraktiv an. Und das ist auch das Entscheidende hier, wenn man überlegt, einen Lead Magnet zu entwickeln, ich hatte bis dato noch nichts, ist immer das Erste, einen wirklich attraktiven Titel für diesen Lead Magnet rauszubekommen. Und alle vier haben Sinn gemacht. Ich habe mir vorstellen können, dass viele aus meiner Zielgruppe einfach nicht wissen, wie sie Reichweite bekommen. Mir war klar, dass Leute es nicht schaffen, über Nachrichten die Leute in Termine zu verwandeln. Und einen Contentplan haben die wenigsten auch wirklich, der wirklich sauber ist, der klar ist. Und Profil, da startet eigentlich alles. Coole war, ich habe noch ein bisschen mehr dazu geschrieben. In der nächsten Zeit werde ich ein LinkedIn-Tool dazu rausgeben in unserer Social Leads Academy. Daher die Frage, was würde dir am meisten helfen? Ich habe noch ein bisschen mehr dazu geschrieben, was alles hilft. Ich freue mich, wenn du kurz abstimmst. Und wenn du genau Zugriff zu den anderen Tools haben willst, kannst du sozusagen bei unserer Academy dabei sein. Das ist aber nicht das Entscheidende. Das Verrückte da ist, dass 138 Leute da abgestimmt haben. Und ich natürlich ein relativ klares Bild darüber bekommen habe, was die Leute am meisten wollen. Und das ist tatsächlich auch der größte Trick, den ich dir geben kann, dass die meisten Leute, wenn sie ein Lead Magnet bauen, das am Schreibtisch tun und dann rausgehen damit und sich wundern, dass sich keiner dafür interessiert. Und ich habe es genau andersrum gemacht. Und das ist auch die cleverste Möglichkeit, wirklich erst mal zu fragen, was wollen die Leute? Und dann anfangen, das Ganze zu entwickeln. Was habe ich dann gemacht? Dann habe ich tatsächlich die Checkliste gebaut. Und jetzt kommt tatsächlich ein Fehler, den ich immer wieder sehe, dass sich die Leute dann keine Mühe bei dem Lead Magnet geben. Und das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Du kannst einen attraktiven Titel haben. Die Leute springen rein. Aber das ist eine Arbeitsprobe. Das bedeutet, wenn das Ding nicht gut ist, sagen sich die Leute, okay, der hat mich jetzt hier reingetrickt. Ich habe die E-Mail-Adresse abgegeben und kriege jetzt irgendeinen Mist. Das bedeutet, das ist immens wichtig, wenn du so ein Lead Magnet baust, dass der dann auch verdammt gut ist. Ich habe es mir irgendwie leicht gemacht. Ich habe eine Präsentation gebaut, habe da Teile sozusagen aus unserem Training genutzt, wo ich einfach erkläre, hey, wie ist diese Algorithmus-Checkliste eigentlich entstanden? Weil sich natürlich die Leute fragen, wo kommt dieses Ding eigentlich her? Und wer bist du, um zu erzählen, dass das funktioniert? Und zeige einfach hier ein bisschen Beweis, wie das Ganze funktioniert. Und dann habe ich wirklich relativ viel recherchiert und auch mir wirklich die Fehler von unseren Kundinnen und Kunden angeguckt, die sie so machen. Und habe einen Teil gemacht, negative Auswirkungen, das solltest du unbedingt vermeiden. Und hier sind wirklich so Klassiker drin, wie schlechte Leserlichkeit, Hashtags, zu viele Emojis, externe Links, Sachen teilen. Alles habe ich hier sozusagen reingebaut, was ich sozusagen jeden Tag sehe, was die Leute an Fehlern machen. Und gleichzeitig habe ich es dann noch umgedreht und habe gesagt, hey, das sind positive Auswirkungen. Das liebt der Algorithmus. Und habe hier richtig coole Sachen drin. Also, by the way, wenn du sie noch nicht gesichert hast, kann ich es nur empfehlen, weil diese Tipps sind extrem wertvoll. Auch gerade hier zum Beispiel die Headlines mal aufzuschlüsseln, was es alles für Headlines gibt. Habe ich auch alles reingepackt, alles mit Beispielen hinterlegt und fertig. Das würde meistens schon reichen, dass wirklich die Leute das durcharbeiten und sagen, krass, perfekt. Dann wollte ich aber noch einen Schritt weiter gehen und habe gesagt, hey, bereit für den nächsten Schritt, weil ich ja, glaube ich, in der Arbeitsprobe mehr als geliefert habe, was man alles auf dem Algorithmus beachten muss. Und habe jetzt hier eingebaut, einen kleinen Pitch auf unsere Social Leads Academy, weil ich einfach will, dass die Leute da reinhüpfen und gebe hier ein bisschen Ausblick da drauf, was da alles drin ist. Habe ein paar Ergebnisse reingepackt und fertig. Aber an dem Ding habe ich mindestens einen Tag gesessen und die Zeit sollte man sich auch am Ende nehmen. Weil, wie gesagt, das so die erste Arbeitsprobe ist und stell dir vor, später jemand liest einen Post, trägt sich ein, kriegt diesen Lead Magnet von dir und denkt sich, boah, was ist das denn? Und du willst eher das andersrum bekommen, dass die Leute sagen, wie krass ist das denn bitte? Und ich glaube, deshalb ist auch das Beste, so ein bisschen sich zu überlegen, hey, was wäre, wenn du dafür 20 oder 50 Euro nehmen würdest? Wie würdest du es dann gestalten? Das ist das Beste, was du machen kannst. Habe das Ding gebaut. Jetzt kam der nächste Schritt und zwar habe ich einfach eine Landingpage dafür gebaut. Relativ simpel, neue Algorithmus-Checkliste für Reichweite, Leads und Kunden. Habe hier noch einen Beweis von einem unserer Kunden reingebaut, von David und hier konnten sich die Leute einfach dafür eintragen. Was ein großer Kicker war, also tatsächlich hatte ich es bisher nur so, bis ich dann irgendwann überlegt habe, mal ein bisschen Proof reinzupacken, wie gut das Ding eigentlich funktioniert und habe hier einfach diese ganzen Zehntausender-Posts reingepackt und dann ist plötzlich wirklich meine Conversion-Rate, glaube ich, hat sich mehr als verdoppelt auf diese fast 45%, die es jetzt am Ende hat. Und das war sozusagen der Punkt, dass man jetzt die Landingpage hat und jetzt muss man natürlich, wie kriege ich jetzt 500 Leute da rein? Und das, was ich gemacht habe, ist relativ cool, zwei Möglichkeiten, Leute einzusammeln und das zeige ich dir, um das Ganze zu funktionieren. Ich habe den ersten Post dazu gemacht und zwar, das ist jetzt ein perfektes Beispiel für Conversion-Content, dass wir wirklich die Leute in den nächsten Schritt bekommen. Headline war, den Algorithmus zu verstehen ist essentiell, um auf LinkedIn erfolgreich zu sein. Habe gesagt, viele wollen dir verkaufen, dass alles LinkedIn super easy ist, du kriegst das schon hin, du musst nur anfangen und auch ich bin ein Fan von machen. Deshalb haben wir getestet, neue Algorithmus-Checkliste, steht alles drin, gib sie for free raus und hier ist der Link zur Checkliste. Wir haben erst sozusagen, war der Link hier nicht drin, sondern die Leute mussten kommentieren und du siehst hier, 300 Leute haben kommentiert und wollten die Checkliste haben. Und wir haben immer geantwortet, das bedeutet ungefähr 150, 160 Leute haben wir alleine mit diesem einen Post eingesammelt. Das war Quelle Nummer 1 und das habe ich in der ersten Woche mitgebracht, wollte gucken, wie gut das sozusagen funktioniert, eingeschlagen wie eine Bombe, weil natürlich der Titel funktioniert hat, weil ich den getestet habe und die Leute darüber eingesammelt habe. Zweiter Streich war dann, glaube ich, eine Woche direkt später, dass ich gesagt habe, hey, das Ding ist so gut, das muss eigentlich jeder haben. Warum hat das nicht jeder? Warum bieten wir das nicht mehr an? Und dann gab es tatsächlich auch noch einen coolen Meilenstein, dass wir wirklich 2 Millionen Ansichten mit meinem Content geknackt haben, zum ersten Mal in den letzten 365 Tagen, haben wir sogar fast um 1000% die Reichweite gesteigert. Krass. Gleiches Spiel. Diesmal 138, ich glaube, weil wir einen Großteil der Kontakte schon konvertiert hatten, waren aber auch nochmal 60, 70 Leute, die sich dafür eingetragen haben. Waren wir schon bei 200, 250 Leuten. Und dann habe ich tatsächlich nur noch zwei Sachen gemacht. Zum einen meine gesamte E-Mail-Liste da einmal reingeschickt, weil das natürlich auch eine kühle Möglichkeit, um seine E-Mail-Liste mal wieder zu reaktivieren. Die freuen sich natürlich auch über so eine E-Mail-Checklist, äh, über so eine Checkliste. Und dann habe ich die ersten Werbeanzeigen da drauf geschaltet, dass sich die ganzen Leute das runterladen. Jetzt gibt es noch einen letzten Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Und zwar, wenn du so eine Landingpage baust, kann man natürlich sagen, hey, ich habe jetzt erstmal nur 500 E-Mail-Adressen. Für alle Profis, die vielleicht sales-technisch extrem fit sind, kann man hier zum Beispiel auch direkt die Telefonnummer abgreifen. Das macht zum Beispiel HubSpot auch. Und du hast wirkliche Leads, die du auch direkt angreifen kannst. Du wirst natürlich eine Quote haben von Leuten, die da wirklich ihre echte Telefonnummer irgendwie eingeben. Das musst du natürlich prüfen. Und Datenschutz natürlich auch mit allem, was dazu gehört. Und der nächste Punkt ist, was ich jetzt tue, ist, diese Leute wirklich mal durch eine entspannte Automation für 30 Tage zu laufen, glaube ich so 5, 6 E-Mails, wo ich weiteren Mehrwert sozusagen liefere, wo ich ihnen YouTube-Videos zeige, weitere Tools an die Hand gebe und die alle aufwärme. Und das ist halt eine krasse Lead-Maschine, weil der Skalierungstest war ein Stück weit, dass wirklich so viele Leute in 14 Tagen darauf angesprungen sind. Und wenn ich zurückblicke, hat fast alles mit dieser Umfrage angefangen, wirklich einen super heißen Titel zu finden und dann eine gute Checkliste zu bauen, eine gute Landingpage zu bauen und dann die Leute dort reinzuschicken. Das bedeutet, wenn du dir jemals Sorgen um Leads machst, mach diesen Prozess wirklich Schritt für Schritt. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, melde dich gerne. Genau solche Spielchen machen wir mit unseren Kundinnen und Kunden gemeinsam, helfen bei der gesamten Entwicklung dabei und dann machen wir gleich noch einen kurzen Abschluss. Bis gleich. Ganz wichtig, du hast natürlich jetzt gesehen, was in der Algorithmus-Checkliste drin ist. Wenn du dir das Ding noch nicht gesichert hast, tu es unbedingt. Den Link dazu findest du hier unter dieser Folge, denn tatsächlich habe ich einfach mehr Kunden, die das durchgearbeitet haben, haben teilweise statt 1.000 Ansichten plötzlich 10.000 Ansichten, wenn man sich an diese Regeln einfach hält. Wie gesagt, wenn du Hilfe brauchst, so einen Lead-Prozess für LinkedIn zu bauen, melde dich gerne einfach auf leadersmedia.de gehen, dann können wir dir helfen, genau sowas zu bauen. Ich muss sagen, es war cool zu sehen, wie verdammt gut das funktioniert, denn 500 Leads in 14 Tagen ist schon eine Ansage und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie die sich in den nächsten Wochen verhalten, weil die jetzt alle nach und nach aufgewärmt werden und das könnte eine coole Bugwelle werden und das jetzt weiter auch mit LinkedIn-Ads zu befeuern, das Ding, ich werde in den nächsten Wochen berichten, was da draus geworden ist.